Suche nach Premierkandidat im Linksbündnis noch immer im Gange Die Suche nach einem Kandidaten für das Amt des Premiers im Linksbündnis gestaltet sich schwieriger als erwartet. Nach dem Sieg bei der Wahl in Frankreich gibt es innerhalb des Bündnisses unterschiedliche Vorstellungen darüber, wer die Führung übernehmen sollte. Einige Parteien im Bündnis drängen darauf, ihren eigenen Kandidaten zu nominieren, um ihre Interessen besser vertreten zu können. Andere wiederum plädieren für einen neutralen Kandidaten, der die verschiedenen Strömungen im Bündnis zusammenführen kann. Die Diskussionen und Verhandlungen ziehen sich bereits seit Wochen hin, ohne dass eine Einigung in Sicht ist. Dies führt zu Spannungen und Unstimmigkeiten innerhalb des Bündnisses, die die Zusammenarbeit erschweren. Es bleibt abzuwarten, ob das Linksbündnis rechtzeitig vor der Wahl eines Premiers eine Einigung erzielen kann. In der Zwischenzeit werden die Kräfteverhältnisse im Bündnis weiter ausgelotet und es wird sich zeigen, ob es gelingt, eine gemeinsame Linie zu finden. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.